Hallo und willkommen zurück. Ah, ihr kleinen Scheißer. Es ist ein kleiner Fehler passiert beim letzten Mal. Das wird mir nicht wieder passieren und ich werde euch jetzt zeigen, wie das genau war. Ach, meine Erinnerungen lassen mich manchmal einfach so im Stich. Na dann. Wie war das noch? Alle umbringen. So war das. Ich könnte sie am Leben lassen, aber... Jo, jo. Nu ist gut. Was? Ich bin abgebrüht? Also, ich glaub wohl. Was bedeutet das? Abgebrüht? Ach so. Das ist ein Kompliment. Und na dann. Du kannst anbleiben. Ich hab die so lieb. Kleine Focke. Und nun. Wie war das noch? Ja, ja. Was? Du schreist rum. Monster? Ich glaube wohl. Na dann, dann kommt mal. Hier ritt das, Leut. Ja, hoch. Ich bin weg. Ja, ja. Kommen sie runter. Gut so. Schön doof. Oh. Doch nicht. Aber sie haben sich getrennt. Ups. Und jetzt schnell vor Ort. Weg, weg, weg. Und hier war doch noch einer. Das Zünglein an der Waage. So. Schnell auf die Tür. Bevor die garstigen Menschlein kommen. In ihren Blechbüchsen. Oh. Oh. Das ist ein kleiner Tipp. Betrau niemals Menschlein. In Dosen. Dann auf. Transportoffice shouldn't be far. If I can get away on an airship. I'm grabbing it. Guter Plan. Guter Plan. Mein Plan ist diesmal, dass ich überhaupt gar keinen habe. Höhep. 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 Da ist ein Mädchen. Und es putzt und wäscht und schrubbt. So gehört sie das. Na. Wo muss ich hin? Nach oben wohl. Im Tresorraum. Ich glaube, ich hole mir erst den Plan. Obwohl der Tresorraum ist viel näher. Ach. Hm. Na dann. Gold, gold. Ich komme. Glänzende. Glänzende. Toll. Voll zu. Ah. Geh mal halt hier rum. Uiuiui. Hier ist ganz schön zu. Aber nur leise, du. Höhep. Flasche kaputt. Jetzt komme ich nicht mal hier dran vorbei. Ich lege dich ins Helle. Am besten. Höhep. Ja. Nicht gerechnet mit mir. Eins, zwei, drei. Und vorbei. Jo, jo. Singend zum Erfolg. Und jetzt rein in die Küste. Schwupp. Ach, was ein Riesentor. Uiui. Hier ist offen. Hm. Mal machen sie es mir nett. Mal nicht. Die müssen sich entscheiden. Höhep. Aus. So. Und das gucken wir uns jetzt genau an. Hm. 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 Ja. Jetzt weiß ich es. Man kommt nicht rein. So. Erledigt. Dann suchen wir uns jetzt mal den Flugplan. Uiui. Was ist das für eine aufmerksame Wache? Junge, Junge, Junge. Wo ist er hin? Dort. Vielleicht hat er einen Schlüssel dabei. Oder auch nicht. Sind das viele. Ui. Hoho. Jo. Ja, komm rein. Komm rein. Guck dich um. Denk dir, ach, die Wachen sind weg. Wahrscheinlich sind sie austreten. Na, nix Besonderes. Ach, na nu. Ich hab plötzlich kalte Händen auf dem Mund. Ein Messer an der Kehle. Nichts Besonderes. Mitkam. Mann. Hier. Das ist dein Chef. Erklär du dem, wie das passiert ist. Eine Tür. Kann ich die aufmachen? Mal reingucken. Treppe nach oben. Das klingt doch. Das klingt doch. Wie eine Treppe nach oben. So komm ich rein. Ja, so doch nicht. Doch nicht durchs Schlüsselloch. Ich bin geschickt und gelenke ich. Ja, ja. Aber das krieg ich auch nicht hin. Ich nehm mal einen Schluck Orangensaft. Man weiß nie, was mich erwartet. Vielleicht ne Flasche Wodka oder so. Lässt sich prima. Zorangensaft. Trinken. Mädchen. Mädchen. Hallo Mädchen. Oh ja. Ach. Ich werd veräppelt. Von den Mädchen. Ui, 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 ui. Drei ging ein. Ich lauf mal lieber runter. Huch. Ihr habt mich nicht gesehen. Wie ihr verratet mich? Petzen. Junge, Junge. Huch. So. Schön Klappe halten. Und mitkommen. Huch. Na? Sieht ihr ihn? Jo. Was? Ist blöd, ne? Ja. 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 Hey, sag mal. Ah. Na klar. Ihr Angeber. Du willst doch was kompensieren mit deinem Riesenschwerter. Oh. Ach. Wie das ausgeht. Wie das weitergeht. In der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss. Hehehehe.